Hallo, hier ist der Ethanol Junkie. Heute gibt es mal wieder ein neues Bier Review. Heute zeige ich euch das Weißgold Neckatze. Das ist ein Allgäuer Sonntagsbier, wie es hier so schön beschrieben ist. Es hat als Besonderheit, dass es Weißgold ist und das ist anscheinend die erste Allgäuer Biermarke und wird seit 1516 gebraut. Es ist ein bayerisches Bier und Slow Brewing, was weiß ich was das heißt. Ich mach das jetzt erstmal auf. So schaut dann der Deckel aus. Und es gibt jetzt den Testflug. Es ist ein helles Bier. Das schmeckt man auch. Ich schau jetzt mal nochmal drin. Ja, da steht helles Vollbier. Herb ist es tatsächlich nett. Den Gaumen geht es vermutlich gut runter. Das wird jetzt getestet. Und es hat eine schöne Frische, eine schöne Vollmundigkeit im Mundbereich, in der Kehle. Es ist hopfig, wirklich sehr. Und ich finde das lässt sich prima verzehren. Also Empfehlung meinerseits, falls man aus Bayern kommt. Und jetzt wird der Trunk verschlungen. So, da sollte jetzt noch Schaum drin sein. Erstmal schaut ihr dann den Walle, der mir dieses Bier gesponsert hat. Außerdem gibt es jetzt noch Merch. Habt ihr ja gesehen davor. Auf Anfrage kann man sich da bestimmt was bestellen. Und ja, danke sehr fürs Zuschauen. Nächstes Mal kommt ein kleines Special und das war's.